ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube ich hab den ohne Headshot Warum? Und Timeout Es ist aber selten, dass er während er spricht einen Timeout hat Wie in den Bunko bevor sie eh cappen Ja, okay, cool War auch kein richtiger Timeout Der Rest kam dann ein paar Sekunden später Warum? Ich spoilt immer die Kackbote, die die hören Okay 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 Äh, hier ist ein roter Punkt Ich geh mal weg Ja, das ist vom Destroyer WTF, der hat mich mit dem Mörser getroffen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab schon cool gemacht Ich hab den Mörser scoped Durch dich durch Wow Der Arme Sofort Da kommt noch einer Der ist tot Oh, da kommt ein Engel Aber du kannst das Auto hier retten Oh ja So ein Hurensohn Ja So ein Huren Ja Ähm Der hat einfach gequittet mit einem Fallschirm, als er mit ihm geschossen hatte Und vor der Tür stehen wäre, Leute, ich hab keine Lust die Tür aufzumachen Na ja, ich höre doch Max, komm mal her Mach die Arena auf Warte Oh mein Gott Oh mein Oh mein Gott Was ist passiert, Juli? Ich glaub Juli geht sich still und leise hängen Hab ich gefehlt? Nein, ne? Hat nichts mit mir zu tun Kann man dich auch nicht hitten, weil er so komisch stressend liegt Ja Oh 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 Ich hab mich im Tunnel durchgedruckt, Mark Okay Oh mein Gott, wer war denn denn Schuss? Oh Gott Oh mein Gott Das ist doof Oh Mark, was ist denn abgegangen? Knife-Party Anhören kannst, so gut wie Der Server wird nicht vollgeist, ne? Was ist denn? Na ja, chill Guck mal runter, nana Oh Oh Hahaha Ich hab grad die Tür hinten aufgemacht So ein Typ Alter Alter Es ist ja cool, dass du nicht hier drinnen warst So Verdammt, eins Was ist das so lustig? Max gibt keine Fehlkünfte Nein, nein, nein Oh mein Gott Werbe auf Ich hab mehr nichts mehr What the fuck Ich dachte, ich halte das locker aus Aber Jube Das ist ja abnormal Wait, was war das abgebrochen? Natürlich ist ja nichts für ich, nein Dann machen wir eher auf den, ne? Das wirst du bereuen Das wirst du bereuen Hol ich das im Damage bekommen Ab Und es ist tot Natürlich schloss Friedeck ab WTF WTF So cool Ist der irgendwo ein Medic? Oh Ne Ich hab's weg Ne Ich glaub das hat irgendwas mit zu tun Ob du runter oder hoch fliegst während du die Drops Oben sind drei Snifer Ja Oh hier unten ist der MT18 Trench die mich kaum aus dem Leben gefickt hat Könnte noch eine spaßige Runde werden, die knapp wird Oh mein Gott Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Oh mein Gott Erst bundelt und dann springt er runter und so ist halt entzicht Oh mein Gott Wer ist ja nicht bei mir? Flage Flage Genau Flage Was? Hier sollte ich so ein Lexikon über Timex schreiben Boah hier stehen drei Trimpfeuer um meinem Body rundherum Überall sind Trimpfeuer Oh mein Gott Hier stehen noch mehr Hier ist noch einer Da stehen noch mehr Ich hab kurz überlegt Was meint der du mit Trimpfeuer? Oh mein Gott ich bin halt echt der Inable Trader Du wein gejagt Oh ja natürlich Ich hab mich selbst Bin ich vielleicht auch durch die Map gefallen? Nein Okay Weil bin ich nicht durch die Map gefallen? Ist der Ultrad ähnlich aus? Lachst du mir noch auf der Map drauf? Der Der Punkt war verdreifend Somebody Ich bin schür durch die Map gefallen als ich gestorben bin The fuck Die ist nötige Der Doppelflinker Äh ne Bro Ja Ihr müsst ihn spotten Landungsboot Ja wir sehen genauso wie ich Ey Ich weiß nicht ob ich grad runter fliege oder hoch Same Wo ist das Boot? Wo ist das Schiff? Müsst du nicht gleich Wasser? Komm ich bin Oh Gott ich bin fast im politischen Bomber reingflogen Oh Gott Da war ein Flieger genau vor mir Ja wo ist er hin? Der Bomber ist am Turm hängen geblieben Da ich sehe Landungsboot Rechtsboot Ich sehe wirklich nur Nebel Ja Ich werde irgendwann abstürzen Wohne oder übel Ich sehe gar nichts Okay da ist der Eklaste Oh mein ge Ich hab keine Ahnung wo ich Oh Ich bin im Wasser gelandet Hinten bei eh ist schon jemand New Gaming brought Oh mein Gott Ich hab keine Ahnung Jetzt bugge ich. Ich kann immer noch nicht rein, okay. Jetzt hab ich diesen Bug, dass ich rumbugge will. Was macht denn ihr Team? Die haben nen fucking Zug. Gern Gleise. Wo musen doch ihre... Kille rumlaufen. Glaub nicht. Okay, jetzt ist mein Spiel abgekackt. Echt? Wie ich irgendwo drüber gesprungen bin, weil plötzlich alles weiß. Zug kommt zurück in ihren Spawn gefahren. Will ich noch ingame bei dir? Ja, du bist jetzt aber gleich tot. Naja, der Zug kann dich nicht treffen, weil du richtig hart rumbugst. Okay, ja. Irgendwie immer wenn ich diesen Bug hab, dass ich dann so rumspacke und in die Hunde überspringe. Jetzt hat dich einer. Ah, okay, jetzt gehts weiter. What? Warte, ich kann nicht vielleicht, oder? Ne, dein Boll ist irgendwo hingeflogen und das steht dazu. What the fuck? Okay. Das war richtig weird. Jetzt hab ich da... Sieht aus wie... Wie 10 Totenkopf-Headshots im Killfeed drin, ne? Okay. Okay. Okay.